MEFSA ist der mitteleuropäische Volleyballverband, die Mitglieder sind sechs Länder, ich habe die Ehre seit der Gründung 2002 der Präsident dieser Organisation zu sein und mein Name ist Karl Hansl und ich komme aus Österreich. Verschiedene Niveaus, die es in jedem Land gibt in dieser Liga, dass es notwendig ist, dass sich die besten Teams dieser sechs Länder treffen. Nächster und wichtiger Schritt, dass über alle Spiele berichtet wird. Also wie mir gesagt wurde, auch von unseren Organisatorinnen Martin Michael und Dako Antonowitsch haben sie selten mit einem so guten und professionellen Team zu tun gehabt und das ist auch für mich ein Grund eine Kooperation in Zukunft anzustreben. Gratulation dazu. Michaela auch D